This is your brain on drugs. Oh ja, Klinger klassiert. Klinger klassiert wird hier. Ja, Ubisoft Great Accord, wisst ihr Bescheid, Loser. Für einen Cent sparen und Support in unsere Boxershort rein. Wir sind auf Emerald unterwegs, also bzw. Deko. Nuki und ich noch auf Platin. Es ist und bleibt eine harte Tobak. Gut Schuss, gönnt euch auch so ein geiles Schalt, wenn ich das anhabe. Loser. Unter Losers.shop Küße geht raus. Natürlich ne, falls ihr euch so wie ich auch gerne einen Glacier Skin im Marketplace kaufen wollt für 40.000 Renown, dann gönnt uns auf jeden Fall, wenn ihr die Renown euch holt beim Ubisoft Creator, äh, Ubisoft Store, den Creator Code Loser. Dann spart ihr 1 Cent auf eure 40.000 Renown. Das ist unfassbar viel. Aber ihr supportet uns, Muchachos. 1 Cent ist 1 Cent, ne? Glacier Skin? 1 Cent ist 1 Cent, ne? Das ist einfach das Ding. So? Glacier Skin? Glaciere? Was? Glacier Skin? Ah yeah? Ich verstehe nicht, was? So Leute, ich bitte jetzt raus. Glacier. Ich brauche, ich verstehe nicht. Hallo? Hey, ich brauche jetzt Ruhe, ja? Nein, kennt der uns? Ach, lutscht doch, Alter. Oh, der zählt 500. Ich glaube, den kenne ich. Oder? Es ist nur ein Modell von Mercedes. Ich werde gejagt. Von Arsch. Ich renne weg. Ich wusste, dass ich da bin. Okay. Jedenfalls das. Ich komme da auch rein auf jeden Fall unten. Oh fuck, ist das auch was? Ich verstecke mich hier erstmal. Wieso höre ich da so krass was? Scheiße, jetzt dürfen wir nicht spielen, wie wir normal spielen. Oh, Stairs kann das sein, oder? I don't know. Ach so, Main Stairs oder was? Ah, Ash auch noch. Ash on me. Oh. Schön. Leider feilt die Seite. Ash war unten, ne? Ash sonst das. Nice. Sehr schön. Nice. Nicht so nice. Wo war das? Deko, ich gebe dir Bescheid, wenn ich da was sehe. Chill deine Ecke. Chill deine Ecke. Ich kann dir Bescheid geben. Ich habe hier eine Cam. Guck hier. Boop. Ich habe ich gemarkert. Habt ihr die Cam in 90? Ist das nicht eine Cam auf 90? Ne. Ich habe nur ein Office, wo Deko ist eine Cam. Steps? Ja. Ist im Hallway. Chill 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 chill. Ist noch im Hallway. Ist noch nicht durch. Jetzt auf 90 glaube ich gerade. Ja. Ist wieder beim Türeingang, aber man rennt nicht durch. Geht jetzt langsam. Ne. Jetzt geht durch. Aber zieht auf dich. Es ist ein Fünferping. Fünferping. Aimt auf dich. Lücken her. Lücken her. Sehr schön. Egal. Es ist kein Fünferping. Dein Fünferping ist oben am Ende der Welt, Alter. Achso. Ventilator, Alter. Ah, sorry. Na gut. Mein Fail. Ja, da habe ich auch was. Ja, auch. Tür. Fick ihn los. Jetzt sind wir noch draußen. Ja. Scheiße. Hallway. Hallo. Boah. Schön gespielt. Egal. Also. Die wussten beide, die rein gekommen sind, wussten wo ich bin. Ja, die wussten auch, dass ich unten bin. Also. Maybe eine Cam irgendwo gewesen, ne? Entweder eine Cam oder die mit unserem Spielstil. Ich glaube, die kennen uns einfach und wissen genau, wie wir auf Grenze zocken. Ja, immer so ein Klassik. Also, da muss ich mir jetzt irgendwas Neues ausdenken. Lass uns lieber Bart vom Tellers gehen, oder? Ah, ja. Das ist geil. Alter, später auch. Die Docker. Die Docker habe ich ja geholt mit einem richtig glänzenden Headshot. Aber die war auch schon drauf, ey. Nach der hatte ich nur 50% HP. Ja, die Docker habe ich umgeknallt. Ah, hä? Ne. Unten habe ich irgendwie umgeknallt. Das war die Docker. Ne? Nicht mehr nicht ziemlich sicher. Ein Docker B. Docker habe ich geholt. Hm. Sonst noch irgendwas? Ne, müsste Docker gewesen sein. Hm. Hm. Wer hat jetzt recht. Hm. Ich. Werden wir dann sehen. Ich. Bin mir zu 95% sicher, dass es Docker war. Weil es auf jeden Fall auch ein Eisenschussgewehr war. Okay. Schauen wir dann mal, ne? Schauen wir dann mal. Ne, schauen wir dann mal. Betroffen hat sie mich ja. Bip, 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 bip. Schnell, schnell. Oh, ich will die Scheiße zu haben. Okay. Ich reinforce hier noch die Hedge. Mach hier zu. Oh, unten? Das war, glaube ich, unten, wo du immer rauswitscht. Schon wieder gleich da. Deko, ich schmeiße hier irgendwo ein Mute-Gerät hin, damit du... Ja, wo soll ich einen Mute, wo soll ich ein Jäger-Gadget immer dann? Geh damit du dich da druckermäßig hinstellen kannst. Hm. Wäre noch gern auf E-Stair zugegangen, aber mittlerweile habe ich Angst darüber zu gehen. Ist niemand on-Spot? Alter, wir haben viel zu viele Roamer, Alter! Fuck! Jo. Nein, Mann! Ja, einen habe ich. Schön. Von oben. Oh. On-Spot, Frost Trap. On-Spot? Ja. Ja, wollen wir zurückgehen? Deko ist schon zurück. Okay. Ich traue erstmal, ne? Sehr schön. Irgendwo was zerstört in der Kamera oder so. Was hat er gesagt? Locker ist irgendwo drüben bei... Luggage. Hab ihn. Okay, ich komme rüber zu dir. Nice! Wuuuh! Er hat was gemacht! WP! Okay! Oh, Deko! Oh mein Gott, ich bin nicht mit dem Feuer, Booty! Ich bin nicht mit dem Feuer! Aber ich hab schon von oben jemanden umgeklatscht. Das war... Ventilatione! Ich hab mal ne Caveira mit, Alter! Ich hab richtig Bock da drauf! Yeah! Hat er sie... Er hat mir grad nen Friend-Invite geschickt. Hat er? Ja, ich nehm ihn sogar an. Also, Ash kam gerade zweimal durch den gleichen Lachs durch. Ich werd da jetzt alles volltrappen mit Kapkan. Also, auf jeden Fall. Grüße gehen schon mal raus. Ich hab ihn gerade angenommen. Jetzt kann ich nur nach hinten losgehen, wenn er jetzt irgendwie noch anfängt foxisch zu werden. Dann wird böse, böse! Ich hätte gerne irgendwo noch ne schöne Valkyrie-Cam. Auf die Lampe wäre natürlich zu... Ach, gespordert! Vielleicht die Lampe. Oh, Digga! Die ist ja richtig nice, ey! Die Cam gefällt mir. Und jetzt noch... Was machen wir jetzt? Soll ich nach oben gehen? Hier hin? Ich werd hoch gehen. Weil ich geh auf... Ja, hoch aber auf Eastairs erstmal. Wir haben noch 5 Reinforcements. Das... Kommt mir ein bisschen viel vor. Also, ich hab die Big Wall gereenforced. Ey, guckt euch mal bitte meine Cavera-Cams an, meine Valkyrie-Cams an, ey! Oh! Bei Marvin, bei dir, oder? Was ich nicht? Alles bei dir? Der bitcht raus! Scheiße, dieser... Ja, haha, es hat funktioniert, Digga! Es hat alles geil funktioniert! Macht doch nicht immer das Gleiche, ey! Das war auch Ash. Er ist schon wieder da durchgegangen. Der ist vorne bei euch! Ja! Wo ist der? Wo ist der? Main! Ja! Da muss Main! Was heißt Main? Was heißt Main-Window? Main-Window? Haupt-Window. Bei B, warte. Lol! Ich hab da einfach durchgefeuert! Ich hab ihn bekommen! Lol! Oh, ich bin einfach zu gut, ey! Es war... Hardcore-Lack! Oh! Warte, warte! Der korrekte Ping? Ah! Nee! Nee, es ist Cavera. Wer pingt denn so falsch? Der muss oben, oder? Ja, ja! Und Ping, und Ping! Dreier Ping! War gelogen! War gelogen! Oh, du Spacken, Alter! Wo? Du hast ja zu verursachen! Er ging nach außen! Außen, okay! Außen nach außen! Außen nach außen! Main-Door! Er ist da, er ist da. Er ist da! Außen nach außen! Außen nach außen! Was ist der da? Der ist da! Er ist da! Er ist da! 20 seconds, don't throw. Alright, straight. Au! Nein! Oh! Ich bin weg, Digga! Wo ist denn der Wichser, ey? Ich bin weg, ich bin weg. In den Autos versteckt er sich noch, ey. Ich bin weg, ciao! Nein! Scheiße! Nein! Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Ich bin weg. Lol, er plant it! Alter Schwede, nicht mit mir, Alter! Nicht mit mir! Digga, dass wir das fast noch weggeschmissen haben, ne? Ihr kleinen... Ja, naja, das heißt fast, Digga, wie viel rausgelaufen sind. Wir wollen das halt spannend machen hier, ne? Wir wollten hier... Ohne los, die Kacke hier! Ey, aber ich muss sagen... Ja, 3-0! Niemals die gleiche Taktik dreimal. Deswegen nehmen wir jetzt... Monty! Deswegen... Dann war mir so klar, dass er da wieder lang yeeted mit Ash und easy kill bekommen, ey. Hast du eine Vorhörung gemacht, oder was? Nein, nein! Er hat das zweimal gemacht, dann dachte ich, okay, wenn er das ein drittes Mal macht, wird er bestraft. Ja. Wurde er bestraft. Also er hat das dreimal gemacht? Er hat das dreimal gemacht, ja. Wo war das denn? Man Mainstairs? Oder war das da... Ja, wo ich mit Puls immer rausbitte... Dann hab ich da einfach die Tür da voll getrappt. Okay. Na dann, wo Chachos, mal schauen, ob das hier ein 4-0 wird, oder ob sie sich noch einen Ehrenpunkt holen. Oder ob die es vielleicht komplett drehen, ne? Also... Weiterhin tryharden, ne? Wir hatten schon einige Runden, die wir einfach so weggegeben haben dadurch. Ich spiel jetzt zur Abwechslung mal hier, äh, Bug. Oh, Legion. Aber wir haben keinen Heartbreacher, ne? Oh, Bug würd ich gerne spielen, ey. Aber ich hab, äh, Dings, die MPs dabei. Also wenn jemand wechselt... Wäre das... Okay, mach ich. Wollt eigentlich bei Office angreifen. Okay, wenn ihr da... Gut. Dann macht ihr das da. Ich werd versuchen, über Office durchzulachsen. Tuber raus in CC gerade. Du mieser Sackschwanzel, Alter. Sackschwanzel. Ist der... Ist der Go-Excel... Ist das auch einer von den... Zuschauern? Ich hab keine Ahnung. Der wusste genau, wo... Genau dahin geholt, wo ich meine Cambo hinpacke, ey. Mieser Sackschweiß-Trinker, ey. Lol. Okay. Leaschen ist ein Office. Ich hab ja keine Drohne mehr. Kann ich das machen? Nee, 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 nee. Warte. Also hier ist noch alles zu. Aber ich weiß nicht, was mit CC aussieht, ne? Ja, Droh nicht. Und droh mal vorher noch, äh, einmal Breach, wenns geht. Oder gleich. Hier? Weil ich weiß, wo die Dinger sind. CC sieht clear aus. Okay. Dann let's go. Willst du linke Seite breachen? Äh, ja. Hier bitte. Okay, let's go. Ja mach! So, ich dachte du willst jetzt ranlegen. Warte, warte, warte. Ich gucke, wo er ist. Are you clear? Are you safe? Are you safe? Mach safe, mach safe. Wow. Nein, unten bei mir! Unten, ja geil. Du kamst in mir runter, der wiese Sack, ey. Hey, warte. Loll. 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 Oikum. Loll. M pro fucking M. Mal일�icht. Mark Copp war Eindlich MDP, aber der Nougie, wurde gezeigt? Die waren fair, let's go. Ich hab einen bekommen für Keepupmatch, wo doch der... oh, das war er. Wiederbelebte seconds. Okay, viker-tschuhst. Alpha Paek, 31% kommen. 36%! 19,5 Prozent? Nein. Also bei 36 Prozent? Nein! Daumen nach oben, schreibt am Schluss, eure Meinung in die Kommentare. Dankeschön für den Support. Links aus, check in der Beschreibung. Küsschen, bis zum nächsten Mal eingehauen. Ciao, ciao. Einmal! Nein, hör doch auf, hier rumzuwackeln! Passt ihr überhaupt da rein, oder was? Nö! Nö, wo bist du? Wir haben Arschloch, Alter, ganz tief drinne. Uh! Hallo!